Gut, dann sagen wir an dieser Stelle herzlich willkommen. Ich darf auch die beiden Trainer bei mir begrüßen, Rüdiger Rehm und Stefan Leitl. Und auch heute gehört dem Gast das erste Wort. Ihr Statement bitte. Ja, für uns ist es natürlich ein ganz, ganz bitterer Schlag gewesen heute. In der letzten Sekunde diesen, zumindest den Punkt noch aus der Hand zu geben. Ich glaube, dass wir über 70 Minuten sehr, sehr gut dagegen gehalten haben. Ich glaube sogar, dass wir die die bessere Mannschaft, oder ich bin mir sicher, wir waren die bessere Mannschaft, wir haben die besseren Chancen gehabt. Wir haben natürlich nicht das Spiel gemacht. Das war auch nicht das Anliegen, was wir heute hatten, sondern wir wollten den Gegner gut verteidigen. Ich glaube, dass uns das bis zu Minute 70 sehr, sehr gut gelungen ist. Wir hatten in der ersten Halbzeit schon drei, vier ganz gute Möglichkeiten. Dann hatten wir kurz vor der Pause ein extremes Glück, beziehungsweise einfach auch nochmal eine tolle Leidenschaft da auf der Linie nochmal zu retten. Kam aus der Pause raus, haben natürlich super, super losgelegt. Hatten dann mit Stefan nochmal die Situation, als man frei den Ball im Sechzehner nicht ganz klären kann. Da haben wir dann nicht zugeschlagen. So ein zweites Tor hat uns sicherlich gut getan in der Situation. Und ab Minute 70 war es so, dass Kreuter Fürth nochmal nachlegen konnte, oder 65. nochmal nachlegen konnte, vor allem offensiv. Und das war heute ausschlaggebend, was von der Bank nochmal kam und dann eben auch uns in der Defensive mit einigen Chancen dann auf jeden Fall auch in die Bredouille gebracht hat. Wir hatten leider Gottes einige Verletzungsprobleme jetzt in der Offensive und deswegen konnten wir nicht das nachlegen oder hatten auch nicht das dabei, was wir gerne dabei gehabt hätten. Das zieht sich jetzt leider Gottes schon ein bisschen durch. Immer wieder trifft es unsere Offensive. Ich glaube, ich könnte gefühlt drei Fünferketten aufstellen. Das wäre kein Problem. Und auch Sechser davor ohne Ende. Aber eben in der Offensivreihe fehlt mir gerade der ein oder andere Spieler, der uns dann eben auch mal von der Bank nochmal sowas helfen kann, wie es heute Fürth dargestellt hat. Für uns ist es bitter. Deswegen Glückwunsch an Fürth. Für uns ist es bitter. Für uns heißt es weitermachen. Für uns heißt es die Kopfe hochnehmen. Für uns heißt es schauen, dass wir in diese Liga reinkommen. Schauen, dass wir einfach weiter fighten, dass wir nicht den Glauben verlieren, sondern dass wir einfach dranbleiben. Und wir hatten jetzt von sechs Spielen, sage ich vier, die absolut auf Augenhöhe waren, aber eben aus gewissen Gründen dann eben nicht zu unseren Gunsten entschieden worden ist. Und die Szene zum Schluss ist eben dann das Sinnbildliche für unsere Situation. Danke. Vielen Dank, Herr Rehm. Stefan, dein Resümee? Ja, erstmal Dankeschön für die Glückwünsche, Rüdiger. Ja, viele Dinge teile ich mit dir und bin ich auch deiner Meinung. Ihr habt echt ein gutes Spiel gemacht, vor allen Dingen was die Defensivarbeit betrifft. Ich glaube aber schon, dass wir deutlich die bessere Mannschaft waren heute. Wir waren sehr bemüht, das Spiel immer wieder anzukurbeln. Ich glaube, wenn man sich permanent in der gegnerischen Hälfte bewegt, dann musst du auch mal die ein oder andere Umschaltaktion schlucken. Das haben wir getan. Aber wir haben auch viele Dinge gut wegverteidigt im Gegenpressing. Und da haben wir auch die Woche über das Hauptaugenmerk draufgelegt. Klar sind wir nicht so in die Situationen gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben in der ersten Halbzeit. Aber wir sind geduldig geblieben und es ist jetzt all das eingetreten, was wir im Vorfeld der Partie auch erwartet haben. Trotzdem hat meine Mannschaft auch mit dem Nackenschlag, muss man auch ganz klar sagen, nach Anstoß kriegst du gleich das 0-1. Dann haben wir noch mal zwei, drei Minuten gebraucht, um uns zu sammeln. Aber dann war es ein Spiel auf ein Tor mit deutlichen Chancen von uns und in der Summe denke ich auch, dass wir verdient gewonnen haben. An dieser Stelle auch noch mal, so wie es Rüdiger schon gesagt hat, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir Spieler von der Bank wegbringen können, die uns auf ein anderes Niveau bringen heute. Mit David Raum, mit Keita, mit Tobi Mohr einfach noch mal Situationen geschaffen, kreiert. Gerade David Raum und Tobi Mohr sind immer wieder in die Tiefe gegangen. Das, was uns vielleicht zu Beginn ein bisschen gefehlt hat. Das ist schön zu sehen und so wächst auch eine Mannschaft und solche Erfolgsmomente natürlich dann tun uns gut und steigern unser Selbstvertrauen. Freut mich für die Mannschaft und wie gesagt noch mal an der Stelle. Ich glaube, wir haben heute verdient gewonnen. Dankeschön. Vielen Dank an die beiden Trainer. Gibt es in der großen Runde Fragen? Dann würde ich um ein Handzeichen bitten. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich unseren Gästen einen angenehmen Nachhauseweg wünschen und Ihnen allen ein angenehmes Wochenende. Bis bald. Tschüss.